hier 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 werden sie mich niemals finden ja ich sehe dich hat gesicht also ich werde mich liefern anfang gesungen vielleicht doch schon schlimmer so ein bisschen lustig aus ohne so eine kamera fahrt und so mg genau ich höre irgendwo schlösser ich komme runter ich bin da wohnen ganz unten also für schon mal so ist klar das kraut kann ich war schon mit meinen dinger weg warte moment ja ich war dahinter danke es ist ja auch hier liegen lassen blende ich will aber niemanden blendgranaten sind keine handgranaten die welt braucht mehr handgranaten und weniger blendgranaten das stimmt ich bin ja mehr fern von bahn granaten was kommt als näher was kommt als nächstes gasgranaten da war der kopf weil leute gibt man gibt einen moment so ich denke mal das hier ab bei euch ich habe schon aber niemanden fakti eliminieren sie 500 javos ja mit schiefe zu kommen alter wo waren die ganzen kisten wenn wir den ecken ich mal die jahre kreis ich habe sie gefunden alter er gab es hier umschießen auf mich weit hoch genau den habe ich noch muss mich hochstecken glaube ich aber der hoch bitte meine position kurz nachladen wir supporten uns gegenseitig wir schaffen alles wir sind die super brüder mich nicht von her gekommen schon küsste ich glaube ich muss irgendwas für dich auch machen also da oben komme ich nicht dran egal so wie man jetzt ja eigentlich bei meiner munition geht es wieder besser und trotzdem ich bleibe bei meinen fäusten ich sehen abzeichen dadurch dadurch ausgezeichnet kommen wir mal hier noch so zu finden denn es merke ist so viel zerstörung ich habe grüß gefunden aber ich habe ich habe schon voll ich brauche aber ich habe so viel munition okay cool okay wie bitte ww mit der kettensäge das habe ich auch noch nie erlebt ich tue mal ihren sprengen satz im platzieren kommen wir näher denkt da fest aber bitte hinlaufen wo ich bin hier ist der bäck hier so chainsaw eine überraschung für den platziert nicht gemacht ja wenn man dann wenn man dann wenn man dann aber doch mal so macht so gehört dir ja elektro schocker das jetzt was ist jetzt ja was für ein glück da jetzt sagen da könnte man will ich sagen wir wurden gerade vom glück geküsst wenn es nicht auch nicht verbrennen ist ein feuer fest wir sind resident evil charaktere wir verbrennen uns doch nicht hier ist sie mich an ja ich bin abzufeuer fest wenn du ein bisschen leicht genervt davon ja ich habe mich bei darmsteuer ist ich glaube warte war das nicht leon hatte ich gerade wunderbar eingeparkt ja ich weiß nicht ich bin mit diesem tag nicht geflogen wir sollten nachgucken und fragen ja aber erst dachte werbung erst mal aus dieser werbe pause ich bin nicht da an bord wenn hat geflogen wird man sehen wir gleich wieder an bekannten hier ich ziehe ich mal meine zugbrücke wieder runter die zog brücke ist unten ausgezeichnet schnellschüsse erlauben folgern für beim gegner und so dass ich weiß es nicht und wir bringen hier nicht so viel habe ich doch gefühl und da drücken sie im richtigen moment rt ihrem partner helfen wenn ihr partner von einem gegner gefangen wurde drücken sie in der nähe b um den gegner anzugreifen und ihren partner zu befreien leon ist das ich habe ein abzeichen gesehen echt ja unter dem auto irgendwo was machen sie denn hier ich gebe personenschutz ja sie sind ja jetzt agentin warum sind sie hier ich verfolge den mann hinter all den den obersten sicherheitsberater simmons sie müssen sich irren ich arbeite für simmons er ist ihr vorgesetzter wir wollen uns jetzt mit ihm treffen wo ist er ich muss es es berühren dafür gehören mit dem boden ist verboten okay ich dachte du solltest kontakt vermeiden jeglichen kontakt leon ist nicht irgendwer er hat mich in raccoon city gerettet so gut leon bester charakter ever zeitlupe wer war das und er war dann er schon wieder wie eine ex freundin sie einfach nicht weiß man schluss ist kommt mir bekannt vor frauen habe ich nicht recht ja man gewöhnt sich dran noch drei wenn ich sie muss dann akte strecke ich suche mal abzeichen hey was man das ist ich habe wenn ich kann schwächer bei der europa blaues kremen im auto also konnte ich schaue mich ja nur um eine sekunde ich finde ja gar nichts ich kann leider hoch macht die kisten der kaputt diese kisten von diese kisten ich glaube man kann irgendjemand machen aber letztens herausgefunden so ja jetzt zum beispiel ja genau hier kommen ja diese ganzen tanks herunter geschoben ja leon aufgepasst und hier sind nur fähigkeitspunkte drin und darum sind auch noch so länger ja die habe ich gerade geworfen er hat leon cool ja sagen wir ja unterkommen ich bin überhaupt nicht auf den am schießen hat der spaß da drüben cool ich tue mir die dinger unterschmeißen ich habe leon befreit mach so gut wir jetzt hin sagt an der dort jetzt diesen komischen haben ja sagen wir mal da ist am boden liegt ich da platziert habe für den und dann noch mal zurück ja wie kommt man denn hier hoch ist da auch in dieser woche man hoch gehen kann nur wieder noch fähig hier scheiß fähigkeitspunkte mit dem pack jetzt müssen wir darüber geschickt werden genau ja wieder getrennt stimmt da bist du mit leon zusammen und ich mit hellen auch ich habe mich mal gar nicht okay okay man sind sie okay im vergleich zu racoon city ist das ein spaziergang oder dann über am steuer sie brauchen das anspringt würde jetzt gut da drüben ja weißt du wie man muss kurz schließen leon dürfte es wissen okay da gebe ich schon hin so schieben ich glaube das geht ich glaube das geht ich habe keine sturmgewehr munition mehr überlebt noch ein bisschen ich bin aber jetzt können wir arbeiten wir arbeiten sprengen das ist ich habe es mal aufgabe für soundglitsch das kann man jetzt darüber mit so rumspielen gerade ja ich bin jetzt da woher ist wo ich den bus da im platziert habe ich bin jetzt auch ihr kollege ich habe hier oben ist bin ich hier mit kämpfen du bist nur auf den aus natürlich ist ein ludgeier bist du ich habe noch besser und sowas als platziert ich bin überhaupt nicht hier im kampf dabei hier sind einige kanister und hier sind einige kanister das ist noch dass man kann ist da wir so mal hinkommen wo ich bin ich mir so weit kann ist da hier ist noch mal hier ist noch ein kanister besser mit zurückkommen und helfen man hat zu mir hinkommt dann ist er dran ja noch mal er kann es da sind überall kann ist da vier stücke wie runter geschmissen schon ja ich sehe überall kann ist doch auf dem weg ja wo kisten war gott naja verfolgt mich ich frage mich wieso aber es ist noch da macht man das weg da es wird eintreffen müssten sie hey wenn er nur halb so gut ist wie du sagst schafft er es okay das stimmt so eine explosion geht halt nicht okay hierhin war ja schon auf dem weg hört doch schon so wollen wir da ein paar kollegen getroffen hier ist doch schön wir sind eben vier ist auf englisch die sprachausgabe oder die sprachausgabe ist englisch aber hat deutsche untertitel ich weiß nicht wie die englische stimme von leon ist aber mir gefällt die deutsche stimme von leon die deuten die englische stimme von leon ist auch legendär wirst du schon sehen werde das spiel spielt also wie gesagt ich kann dir raten war nicht hier würde er ist evil 4 als fünf spiel denn ich weiß weiß ich nicht tritt und stoße bei dir da auf taube ohren vielleicht ich habe aber wir sind der liebe für ich weiß aber du hast ja mehr 5 als viel gespielt und ich halt umgekehrt eine sekunde ich wollte mein ding platzieren das ding platzieren und hat ja doch ich habe da kraut hier mitnehmen und verlegt ach so ich habe gerade die explosion nicht gehört deswegen habe ich gerade noch mal eben schuss abgegeben wir uns geprüft ob ich das haus habe aber aber keine sorge ich habe noch sounds ein stummer ja es geht weiter nach der werbung die familie hat überall auf der welt schlangenabzeichen verteidigt finden sie diese erhalten sie zugriff auf geheime figuren und akten familie für die familie ja welche familien szenario überschneidungen jedes szenario hat seine eigene geschichte und sein eigenes ende die szenario übersteigen sich jedoch mit den anderen und bringen so die ganze wahrheit hinter den ereignissen in resident evil 6 ans licht vielleicht familie aus der kopf eines klar war region als ist sehr empfindlich also wie bei jedem anderen fiech ja ja als klappange mutierte javo hat also die sich regenerieren müssen wir eigentlich auch treffen ich habe eigentlich gedacht wir treffen die leichter also oft so markt war ja das ist wegen simmons oder das erste mal hat wir von dem hören hier in der story glaube ich ja ich glaube schon und zu wissen sind in dieser story war aber trotzdem die prophezeiung wird wahr ich habe nicht bei mir tut einfach nur die kamera irgendwie vollspielen da kann ich mich bewegen hast du wirklich kein vertrauen in meine farce das ist nicht dass ich kein vertrauen hätte es ist nur dein track record ist ein bisschen schlecht lasse ich nicht so auf da sind auch welche gedauert sind eine menge aha so viele alle blenden blenden ich will meine waffe ziehen bei der waffe vielleicht mal mit dem schock gewerft ich bin noch nicht damit schossen eine gt ab das war leute kann hat wer ins gewicht und ein oh ja ich habe noch die letzte ausgerüstet ja ich mache jetzt aber mein problem die ganze zeit der gegner ich versuche einfach nur meine waffe zu ziehen ich hätte ganz blut ein sammeln blut 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 ich könnte noch ein grünes kauf gebrauchen dann könnte ich mir noch mal sechs kräuter machen da müssen wir lang hierunter super meine freude hält sich nicht in grenzen master geht an steuer jetzt so hier ups warte 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 ich hab's gleich ich hab's ja ich hatte gar nicht steuern es war noch war okay hey weg vom steuer ja mal nennen war gar nicht lenken beim ersten muss ich tatsächlich hier kriegt am events machen okay das ist jetzt los okay ich muss das boot wieder zum starten bringen ein moment so hat okay jetzt kann ich ja kann ich angehen okay das schwingt etwas hinter uns weiß nicht wo er wollte ich gerade vorwarten steuer ich wollte nichts tun hallo ich wollte mich doch verarschen ich habe auch nicht mehr so viel ich habe auch nicht dann so viel ich habe auch bereit ich habe die gleiche animation mit der tümer zu präsentieren 5 hier ich habe keine machen und so mehr war 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 was er nun kriegt er mir wenn ich musste gerade abwischen was ist da gerade passiert ist keine ahnung aber auf jeden fall haben sie mir das leben geholtet er ist auch gar nicht losgegangen das ist der treffpunkt wir sind da auch kurz verdammt der titanik sherry naja naja was 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 geflogen jetzt gerade gerettet ja ich sehe die zeit so dunkel das gerade geflogen sie war spider girl ja fast gut wir werden uns beeilen was hat sich voll unter kontrolle noch gut gehen wir dann gehen wir ja ja jetzt wird sein mal ich habe keine machen und so mehr aber ich möchte jetzt auch noch knappe ja ich glaube ich muss es mehr mit dem schrotgewehr schießen mit meiner heilung bei anderen na gut wasser treffen mit simmons ja da jetzt schon wieder steht auf partner suchen nein 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 ist es wenn es stimmt was leon über simmons sagt müssen sie fliehen egal was passiert versprechen sie es versprochen nein 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 ah agent birkin perfektes timing seien sie so nett und nehmen sie die beiden fest ja sie sagen sie stecken hinter dem terrorangriff stimmt das was laufen die herum und reiben es jedem unter die nase der zuhört antworten sie es dient dem schutz der vereinigten staaten und der globalen sicherheit wie soll die ermordung des präsidenten gut für das land sein der präsident ist tot tja dafür können wir uns bei leon bedanken fahren sie zu helle simmons beseitigt sie nein aufhören die beiden da können wir noch gebrauchen sie müssen vorsichtiger sein ok gehen sie jetzt weiter du hätt werden sie es bis zu dir schaffen warum machen wir sie nicht kalt weil sie sich um sherry kümmern müssen können wir das beenden ich habe wichtigeres zu tun und was werden sie beide jetzt tun wir erledigen simmons hier sind informationen drauf wie man den c-virus stoppen kann simmons will sie danke ich sage fos bescheid dass sie geleitschutz brauchen wir sprechen uns nochmal hier up einfach nicht auf aber kommt dann jetzt immer einen rang mehr an sich ich weiß nicht einfach gut wenn der gegner ich bin nur ich habe nur ein bisschen wenig genauigkeit ja es ist jetzt die jet geschließt die jack story jetzt da ist er noch der genauer fünfte jetzt kommt das 50 kapitel das heißt wir sind jetzt beim final der jack stop das heißt wir sehen uns wieder beim nächsten mal bis tschau tschau